Die letzte Landtagssitzung war auch heuer wieder dem Thema Budget gewidmet. Vorgabe der Regierer war, ein Doppelbudget zusammenzubringen. Während ÖVP und SPÖ im Lande den Budgetentwurf für gut befanden, waren die Vertreter der FPÖ sowie der Grünen und der KPÖ in vielen Punkten anderer Meinung. Die Kommunistische Partei ist auch rundum zufrieden mit dem Budget? Wir sind nicht zufrieden. Es sind die Kritikpunkte, die wir in den letzten Jahren immer schon angebracht haben. Uns fehlen natürlich Schwerpunkte im Sozialen, aber auch in der Infrastruktur. Wir sind strikt dagegen, dass in der Infrastruktur gespart wird, dass man beispielsweise Spitäler, Spitalstandorte zusperrt, dass man Kleinschulen und auch andere Schulen zusperrt, dass im Zuge der Gemeindefusionen Infrastruktur in den Gemeinden zugesperrt und geschlossen wird. Das sind eigentlich die wesentlichen Kritikpunkte. Und trotz dieses Sparkurses, wenn ich so sagen darf, bleibt der Schulenstand gleich. Also wir verharren auf den 5,5 Milliarden Schulen, die wir schon seit Jahren mitschleppen. Also da ändert sich nichts. Woran kann das liegen? Das liegt daran, dass die Landesregierung aus ÖVP und SPÖ nicht gewillt ist, über andere Einnahmen nachzudenken. Das sind einerseits Landeseinnahmen, es wäre längst überfällig eine Nahverkehrsabgabe, wie in Wien die U-Bahnsteuer, um den öffentlichen Verkehr auszubauen, den Unternehmen zahlen, als man könnte nachdenken über eine Parkplatzabgabe für die Einkaufszentren, also nicht im Zentrum, aber an der Peripherie etc. Und dann, das ist das Wesentliche, wir brauchen einen anderen Finanzausgleich. Es ist unerträglich, dass der Salzburger, der Verradlberger, der Wiener pro Kopf mehr wert ist als der Steirer. Wenn wir hier das angleichen würden auf die westlichen Bundesländer, dann würden das Land Steiermark, aber auch die Gemeinden, die auch vom Finanzausgleich leben, deutlich mehr Mittel zur Verfügung haben. Und da ist unsere Landesregierung offenbar nicht fähig, hier anders zu verhandeln. Die FPÖ im Bund Koalitionär, in der steirischen Landespolitik Opposition. Debatte um das Budget im steirischen Landtag, letzter Landtag vor dem neuen Jahr. Und es wurden alle Möglichkeiten aufgezählt. Sind Sie mit dem, was Sie da gehört haben, zufrieden? Ich muss einmal grundsätzlich sagen, natürlich bin ich mit dem Budget oder diesem Doppelbudget überhaupt nicht zufrieden. Weil das ist wirklich, es wird immer gesprochen natürlich von enkelfitten Politik der Zukunftspartnerschaft. Aber tatsächlich muss man sagen, dass bei diesem Budget eigentlich handelt es sich um ein Enkel- und Urenkelbelastendes Budget. Und natürlich kann ich mit diesem Budget, mit diesem Doppelbudget nicht zufrieden sein. Nicht zufrieden ist der eine Punkt. Wie macht man es besser als der andere? Ja, das ist relativ einfach natürlich. Obwohl der derzeitige Schuldenstand vorsagt, natürlich aus dem Jahr 2005 bis heute natürlich angewachsen ist. Aber wir haben zehn Entschließungsanträge eingebracht, wo wir wirklich Einsparungspotenziale sehen. Und wir müssen endlich einmal zu einem Nulldefizit kommen und natürlich dann auch ins Positive. Wenn ich das nicht schaffe in einer Hochkonjunktur, na dann werde ich es nie mehr schaffen. Die Grünen mit Sandra Krautwaschel legten da und dort noch einen Schäufer nach. Letzte Landtagssitzung im heurigen Jahr. Hauptthema Budget. Und Sie haben ja alles gehört, was dargeboten wurde, aus welcher Sichtweise das Budget eigentlich betrachtet wird. Und mit dem, was Sie gesehen haben, waren Sie zufrieden? Nein, ich habe es in meiner Wortmeldung auch gesagt. Ich bin vor allem mit der Art der Debatte sehr unzufrieren, weil es sehr kunterbunt durcheinander geht. Alle Themen vermischt werden und man auf diese Art und Weise keine qualitative Debatte über bestimmte Teilbereiche des Budgets führen kann. Das sehe ich sehr kritisch. Wo drückt hauptsächlich der Schuh? Im Budget drückt bei mir der Schuh in erster Linie bei zwei Bereichen, zu denen ich auch gesprochen habe. Das eine ist Umwelt- und Klimaschutz, wo ich glaube, dass angesichts des letzten Sommers und auch der Notwendigkeiten, die wir jetzt in der Klimakonferenz in Katowice ja täglich vor Augen geführt bekommen, auch im Budget sich ein Schwerpunkt zu diesen Themen abbilden müsste. Also sprich, man für alle Entscheidungsbereiche, die klimarelevant sind, auch das priorisiert. Das bildet sich nicht ab im Budget aus unserer Sicht. In vielen Bereichen werden zwar ansatzweise Dinge umgesetzt, aber wirklich diese große Bekenntnis, das auch finanzielle Bekenntnis für diese Bereiche, ist aus dem Budget nicht abläsbar. Und das ist für mich ein großer Fehler, weil wir nur mehr wenige Jahre haben, um das zu gewährleisten. Nun haben die Politiker wieder Zeit, auch noch alte Wahlversprechen einzulösen. Es gibt noch genug zu tun in diesem Lande. Alle sind gespannt, wie es dem zuständigen Finanzlandesrat gelingen wird, dieses Doppelbudget wirkungsvoll einzusetzen, um einem immer wieder angestrebten Nulldefizit merklich näher zu kommen. Andere bringen es zustande.